Schnell mit der Zip-Line hoch und empfangen! Und klein! Und groß! Bananen? Kokosnüsse? Gebrauch von einfachen Werkzeugen? Du hast die Spiele manipuliert! Oh nein! Die Fotos sind alle weg! Er hat sie bestimmt gelöscht! Dann ist es ja gut, dass die Fotos schon in die Cloud hochgeladen waren! Jetzt bist du gar nicht mehr so schlau, oder Chester? Was ist eine Cloud? Ich verstehe nur nicht, warum ein Affe die Spiele manipuliert! Er hat sie für mich nicht verloren! Und auch ein Schwerpunkt hinter mir lebt! Was ist das so schlau? Oh nein! Sie bist nicht so der Zip-Line hochgeilen! Das ist verrückt! Aber auch die Spiele ... Sie sind gesund! Sie sind nicht so schlau? Oh, du armer Kerl. Du verstehst, was er sagt? Kein Wort, aber ich kenne diesen Blick. Mr. Kuschelbanane ist sein bester Freund. Er wollte nicht, dass ihn jemand gewinnt, deshalb hat er die Spiele manipuliert. Ich weiß, wie wir ihm helfen. Und das ohne Manipulation. Okay?